Die Powerbanks von Intenso. Die kompakte Stromversorgung für unterwegs. Erstaunliche Ladegeschwindigkeit, hohe Kapazität und kompaktes Design. Die Intenso Quick Charge Powerbank Q10000 bietet eine optimale Effizienz bei mobilen Ladevorgängen. Mit der Quick Charge 3.0 Funktion lädt die Q10000 kompatible Geräte bis zu viermal schneller als konventionelle Ladegeräte. Die Intenso Powerbank ist bereits vorgeladen und kann durch das Anschließen von einem USB-Kabel sofort zum Aufladen Ihrer Geräte benutzt werden. Mit der mobilen Ladestation von Intenso können Sie Ihr Smartphone, Tablet, Digitalkamera, MP3-Player und viele andere akkubetriebene Geräte im Handumdrehen unterwegs wieder aufladen. Um die Quick Charge Funktion nutzen zu können, schließen Sie Ihr kompatibles Gerät an den grün gekennzeichneten Quick Charge Anschluss an. Geräte ohne Quick Charge Funktion können natürlich auch über diesen Anschluss geladen werden, dann aber mit herkömmlicher Geschwindigkeit. Die Quick Charge Funktion gewährleistet ein anders zu ladende Gerät optimal angepasstes und besonders schonendes Ladeverhalten. So kann ein Akku in nur 35 Minuten auf 80% seiner Kapazität gebracht werden. Die Quick Charge Powerbank Q10.000 hat eine Kapazität von 10.000 mAh. Sie können damit beispielsweise die Akkulaufzeit Ihres Mobiltelefons je nach Gerät fast verdreifachen. Der eingebaute Überspannungs- und Überladungsschutz sorgt dafür, dass weder Ihr Gerät noch die Powerbank bei Ladevorgängen beschädigt werden können. Je nach Kapazität verlängert sich die Gesprächszeit eines Smartphones durch die Powerbank um mehrere Stunden. Um den Ladestatus der Powerbank zu prüfen, drücken Sie den Knopf am Gehäuse. Ist der Akku nahezu erschöpft, wird dies durch das Blinken der letzten Status-LED signalisiert. Das Aufladen der Intenso Powerbank ist kinderleicht. Über das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB-Kabel lässt sich die Powerbank durch das Anschließen an einen PC, per Adapter an einer Steckdose oder im Auto wieder aufladen und für den nächsten Einsatz vorbereiten. Vier konstant leuchtende LEDs zeigen an, dass die Powerbank komplett geladen ist. Anschließend ist sie wieder einsatzbereit und liefert extra Power für Ihre mobilen Geräte. Die Powerbank ist mit einem hochwertigen Metallgehäuse umgeben und ist in Schwarz oder Silber erhältlich. Durch den formvariablen Lithium-Polymer-Akku verfügen die Powerbanks über ein ultraschlankes Format und können somit während des Ladevorganges einfach unter das Smartphone gelegt werden. Durch das kompakte Design lässt sich das Ladegerät einfach verstauen und ist damit jederzeit griffbereit, wenn die Stromversorgung Ihrer mobilen Geräte nachlässt. Intenso – clever laden www.intenso.de